Leni Klum überrascht ihre Follower mit einem freizügigen Foto Die Tochter von Heidi Klum posiert in einem pikanten Schnappschuss auf Instagram für das Rollercoaster-Magazin. Ihre Follower sind allerdings hin- und hergerissen. Auf dem Foto steht Leni am Meer und trägt nur einen Blazer. Besonders brisant, unter dem schwarzen Blazer trägt sie nichts. Das Kleidungsstück rutscht lässig von ihrer linken Schulter, so dass eine Brust zu sehen ist, die sie nur mit ihrer Hand verdeckt. Die Kommentare unter dem Foto sind zwiegespalten. Während einige das Bild von Leni loben und sie bewundern, halten andere sie zu jung für so ein freizügiges Bild. Ist das überhaupt legal für eine 17 Jahre alte Person? Was man nicht alles für Klicks tut!